Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield 4 hier auf dem Kanal von KWPKLP mit dabei sind Maru vom Kanal DaluKart, der Hotjar ist dabei, der Sargent Bounty ist dabei und der Saur...Spartan? Wieso heißt der hier bei Battlefield denn? Weil Origin meine Namen nicht nimmt. Ja, jetzt ist Subtan. Subtan? Was? Hier ist ein Little Bird, der über unserem... umgelegt... Modus Conquest Large, 1800 Tickets. Und der Heli ist abgestürzt. In dem Moment, wo ich Aufnahme gedrückt habe, wurde ich auch weggesnifed, das war ganz praktisch. Sehr schön. Guck mal, wir haben ein Heli abgestürzt, ohne dass wir draufgeschossen sind. Oh, da ist ein Flugzeug. Da ist ein Boot. Ich fahre mit dem Boot weg. Kannst du den Squad wieder? Ja. 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 Sieht man selten seitdem Anne nicht mehr aktiv ist in Battlefield-Diensten. Naja, weil da krieg ich ein Doppel-XP-Wochenende mit 200% Boost, wenn ich dann für euch jeweils 300 Punkte kriege für jeden Kill den ihr macht. Ja. Du kriegst 50 plus deinen Boost verdoppelt. Ja. Hier 50, Boost verdreifacht, verdoppelt. Das ist dann 300 Punkte pro Kill. Ja. Läuft. Und das als Assist. Du wirst gar nichts machen. Ich würde, dass ihr das macht, was ich nicht mache. Immer praktisch. Können wir die überhaupt angreifen? Da sind wir die ganze Zeit oben drauf. Einsatzziel Alpha ist verloren. Wo seid ihr gerade? Max ist noch in der Mitte. Ich bin noch auf der Insel gewesen. Ich schwimme jetzt mal rüber. Und hier wird da oben ein Jet. Hier habe ich weit gerade geschossen. Hinter dir ist ein... Ja, ich weiß. Da ist irgendwas. Vor mir ist ein anderer Jet. Hinter dir ist einfach nur die stationäre Antier. Sie geht mir trotzdem auf den Zeiger. D ist keiner dran. Die sind alle oben drauf. Wir sind alle oben drauf. Da sitzen sie natürlich praktisch. Das happen es aber nicht. Nee. Das ist eine gute Position natürlich. Erwartet auch keiner. Da guckt niemand hin, der ein Schlafssitzengewehr hat. Da ist man sicher. Die Helis gucken auch nicht hin. Das Aller, was ich mit dem Heli mache, ist immer da hochfliegen und draufballern. Oh yeah. Ha, deine Flares haben nichts gebracht. Die Flares haben die Sekunde zu früh gemacht. Juhu, Skoppy febervoll. 175 Punkte. Da ist... Dann gehen wir jetzt zu E, ne? Goldpack. Ja, komm. Wo das ist? Das ist ein Panzer. Ich versuche mal ihren Helikopter runter zu fließen. Der geht ja auf den Zeiger. Der ist gerade abgestürzt von alleine. Okay, das ist die Antier. Oh, das ist ein Panzer. Und ein böses Boot. Moment. Ich kann euch versuchen zu unterstützen gegen den Panzer. Der ist gerade... Ist markiert. Mach das Boot da hinten wie mir. Ja, das ist bei A ist bei uns. Der Panzer hat kaum noch was. Oh, der war mal ein knappes Ding. Ja. Meinst du nicht? Ja. Hihihi. Ich habe die Panzer mit dem Werkzeug. Ja, ich werde noch währenddessen von der Anti er die ganze Zeit abgeklossen geht. Mit Tears und der Erde gerade. Ah, Hedi über E? Den kriege ich nicht. Hedi über Echo. Ich kann es probieren. Hm. Ja, jetzt hat er vielleicht... Okay, er hat der vielleicht nicht mehr, ja. Meine Raketen kommen, kommen getroffen. Ja, nice. Das ist draußen. Juhu, ihr habt eine Farmers freigeschalten. What? Oh, verdammt. Hängen geblieben. Wah, Panzer. Oh. Nö. Ach, von der Insel. Verdammt. Ja, Panzer. Ja. So, bleib stehen. Ich bin im Haustrenner. Eine Mine ist dran. Und jetzt geht es mir entfragen. Ne, er hat noch nicht. Oh, ne, nicht. Ist er blind? Ist das blind? War das ne rhetorische Frage? Hm. Die Anti er ist einfach blind von denen. Hat noch 10 HP. Ei auf, mich konnten sie immer recht gut lesen. Die Anti er ist bei uns, ne? Max ist drin in der Anti er. Hinter, hinter mir. Ja. Ich bin ja grad in die Anti er gehört, weil ich den nicht. Ihr habt ihre Anti er entweder zerstören oder gesetzt. Nein, zu beiden. Ich bin gerade am Reparieren. Du, du hast hier nicht gemessert. Geil, du hast hier nicht gemessen. Nein, der blockt mich. Aha. Ich habe jetzt für das Eichnehmen hier über 1000 Punkte bekommen. Kann man machen. Da hinten in deinem Haus ist noch einer drin, ne? Ja, die ist. Ne, in deinem Haus glaube ich den besiegt. Der liegt unter der Mauer da. Ja, ja. Hier ist er. Lass sehen. Ja, ja. Und wir Stickmen. Natürlich scheinen, wenn wir die Anti er haben, ne? Das hat einfach nur ich Muni zufällig. Das war vor allem ein bisschen random. Ich bin da hingegangen, um einfach mal mit dem Werkzeug dran zu sitzen am Feind. Heli über Ehe. Hm. Heli über Ehe. Okay. Heli ist abgerissen. Die Anti-Air hinter uns. Hinter uns Anti-Air. Hinter uns jetzt. Die hat ihre. Ne, die zweite Anti-Air kommt. Wo denn? Gibt nur eine Anti-Air. Ach da. Ja, das war das. Aber wir wollten ja sagen, das ist ein leichter Panzer. Was das heißt? Die Feinde haben uns dann. Ne, das ist ein leichter Panzer und kein Anti-Air. Warte, das ist gleich hier so gut. Der Anti-Air ist so gut kaputt. Obwohl, ne. Jetzt ist er. Das ist ein leichter Panzer. Da ist er. Was ist das? Da ist kein Muni zu mehr. Lass mich am Leben. Hat einer von euch kurz ein Auge, um zu gucken, ob hinter mir ein Chat hängt? Du, das nicht. Nuch. Ne, grad nicht. Keine Probleme mit dem Panzer. So fürchtig. Der LRV. Der Panzer, sag mir wo. Markiert, ich hab Raketen. Am E. Boah, Echo. Echo und Delta. Ich hab ihn nicht. Den nicht. Ich hab ihn schon. Und ich hab auch deren T90 zerstört. Achso, ich dachte, ich hab ihn war bezogen auf. Ich hab ihn gesichtet. Was habt ihr denn alles für Raketen mit jetzt? Spartan, was hast du dabei? Ich hab RPGs noch mal dabei. Ich hab die Sword und die Minen. Okay. Wir haben keinen Versorger und dann spiele ich Versorger. Ja, ich bin Versorger, aber ich bin im Chat. Ne, du fliegst rum. C4 und Muni. Passt. Ja, ich denk mir halt, bevor hier irgendein anderer, der nicht so viel Ahnung hat, fliegt, mach ich's lieber. Echo wird angegriffen. Echo wird angegriffen? Da kommt ein Panzer von Delta. Äh, Delta mein ich. Hat schon gut gefressen. 33 Damage. Ist lahmgelegt von mir. Alles klar. Von der feindlichen Basis kommt auch ein Panzer. Da kommt ein LRV wieder. Vielleicht der Panzer. Der fährt in meine Minen. Drei. Zwei. Eins. Nochmal 35 Daten auf dem Panzer. Der eine Panzer steht noch. Einer ist rausgesprungen, glaub ich. Ist er? Ne, wir müssen Sniper hin untersuchen. Bei Delta. Ich muss neue Minen legen. Oh, da ist er auf jeden Fall Sniper unterwegs. Der Panzer noch bei Delta, ja. Sind ein paar Sniper da unten. Der muss repariert werden. Ich hab ihn jetzt schon dreimal für über 30 Scha- äh. 30 getroffen. Wir haben Einsatzziel Charlie erobert. Würdest du was bringen, wenn die Dinger laser markiert sind? Nein, ich hab ungelenkte Raketen. Die Hydra. Okay. Würde sagen, die gelenkten Raketen können ich sein. Kannst du mir ammo geben? Na klar. Ja. Hier, Helikopter hat auch nicht mehr viel. Wenn ihr ne Anti-Rakete habt, dann draufhalten. Wer sind draußen. Ich seh hier kaum mehr. Die sind rausgesprungen. Wir müssen uns gleich verschieben. Wir werden zwar besnipert, aber hier ist niemand, den wir aufhalten können. Aus dem Wasser kommen sie jetzt. Oben auf dem Dach bei D ist er noch ein Sniper. Wenn du Unterblitzung brauchst. Wie gesagt, ich kann indirekt Feuerbeschluss geben. Wir sollen jetzt mal richtig in D Feuer rücken. Sollen wir nach Delta gehen? Da kommt ein Heli hinter euch. Ne, den können wir nicht aufhalten. Na da, ich seh es. Der ist direkt vor dem Schild. Ich fahr dann direkt links vor dir. Jaja, ich hab's gesehen. Hat jetzt das Ding genommen. Hinter euch bei euch sind auf jeden Fall noch welche. Der ist rausgesprungen. Der ist rausgesprungen. Auch im Wasser. Der ist im Boot jetzt. Panzer auf der Brücke bei Delta. Dich. Ich dachte, jemand versucht zu messern. Bestört. Jo. Sparte an. Und oben auf Delta sind halt nur reifige Sniper. Die beschießen die ganze Zeit, wenn ich vorrenne. Boah, jetzt muss ich erstmal den Jet loswerden. Ja, aber die Treppe nix. Oh ja. Die Sniper Schüsse kommen hier nur gegen uns geblogen. Wo sitzen die auf dem Dach? Ganz oben. Ganz auf dem höchsten. Da oben auf Delta. Auf dem Dach. Ganz oben. Einen hab ich. Boah, nein. Ich bin hängen geblieben. Boom. Die geben oben einen Spawner da oben. Ich bin mir sicher ein bisschen aufgestört. Wenn sie da oben 5 Leute haben, dann sind es 5 Leute weniger, die einen nehmen können. Ja, ich bin mit dem Flügel an dem Teil da hängen geblieben. Nerf ich. Und ihr wollt verschieben oder was? Was wollt ihr gehen? Ich schiebe immer auf Bravo, würd ich sagen. Bisschen mehr Action, weniger Stellungskampf. Wohin wirst du verschieben? Na, Bravo. Bravo, okay. Komm, einer kann doch mit Hotter. Ah, die Sniper von D-Day. Oh, die Booker. Wir können die nicht einnehmen. Ne, ne. Die sind absolut nutzlos da oben. Ja, und jetzt sind sie gleich weg da oben. So. Gut geparkt. Der ist ja nett. Bisschen noch mehr? Einer. Wir wollen mal erstens spawnbarke. Oder? Hab ich richtig gesehen? Ja, natürlich. Mhm. Hast du alles? Bei Bravo ist keiner? Oder einer ist bei Bravo? Delta ist doch auf der Straße. Ja? Boah, echt jetzt was? Ich hab's nicht drauf. Wollte ich mal kurz reparieren. So, doch. Mit Ü. Steig ein. Der ist ins Gebäude gerannt. Okay. Steig ein. Und jetzt kannst du von der Seite. Sehr gut. Dann kommen wir zurück zu Delta, würd ich sagen. Da ist ein Heli ja Delta. Mit Name? Äh. Keiner Heli. Ja, gerne. Da drin. Über Delta zwei Helis. Keiner und große. Geh lieber hoch. Sonst bald sind's weg. Mach ich doch schon. Da. Da sitze ich natürlich hier mit dem Stinger im Helikopter. Kann auch fiesen. Das mach ich auch immer gerne. Stinger oder Javelin im Heli. Nice. Oh, perfekt. Ja. Den einen haben wir sogar erwischt. Wo ist der andere? Der fliegt da oben. Ja, der Bond ist nice upgeload. Siehst du ihn? Ach, da oben. Sehen, aber er ist ausreichend. Ganz weit oben. Ja, vielen Dank, Mau. Ja, jetzt haben wir ihn. Anvisieren. Muss sauber gesagt werden. Getroffen und versenkt. Noch nicht. Da geht er down. Jetzt. Er springt nicht mehr raus. Er ist raus. Den holen wir. Ja. Ja. Da 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 da. Boah, ich hab sogar einen Hitmark aufgenommen bekommen. Da 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 da. Ich springt raus. Eko verloren. Einsatz Ziel Delta wurde erobert. Oh, Mille. XA. Oh, ich hab einen Defi. Ich hab einen Defi bekommen. Juhu. Ja, wie cool. Boah, ich werd von irgendwoher. Du bist der Dread oder? Ich weiß es nicht, aber ich bleib erstmal kurz unten. Ja, da ist ein Fliegel da. Bei Eko sind zwei. Panzer und EDW. Wieder einmal einsteigen? Oh Gott. Sag das doch, dass du hier auf dem Vormarsch bist. Ich guck oben, wird dir hier mal ein helliges Gesicht kleben. Komm mal. Vollgas ran vorbei. Oh mein Gott, das sind zwei Panzer. Aaaaah. Ich hab jetzt leider nichts. Aua. Jop. Dammit. An Rossa. Ich wollte rückwärts wenden, aber der ist ja... Wieso ist vor außen? Was denn? Was denn? Der erste. Das war jetzt billig. Ich hab ne Kette angeguckt. Das ist natürlich ungünstig. Ach, das war eigentlich ne ganz lustige Runde. Bis auf den Fehler am Ende. Tut mir leid. Bis auf, dass ich kaum ihn gesehen hab. Mit dem ganzen Scots macht richtig viel Spaß. Mhm. Ja vor allem auch, dass es tatsächlich funktioniert mit dem... Oh, da ist ein Heli runter... Da hab ich erstmal zwei Smaus drauf, würd ich jetzt sagen. Oh Gott, ich hab drei Silverstars gemacht in dem Match. Und keinen Boost? Ah ne doch... Doch, den... Dreifach Boost hab ich drin. 60.000. Da hat er aber nur 25er Boost drin. Ich krieg 60.000 Punkte pro Star. Läuft. Und ein Gold Battle Pack, wenn ich das auch drin brauche. Hab ich doch ein Boost aktiviert? Ach ne, das ist doppelt das XP-Bewegen, ne? Mhm. Und du kriegst ja auch... Ist halt auch einfach so. So, ich geh mal das Pass von der Länge her. Danke fürs Zusehen, Leute. Und ich würd sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis.